Hallo, ich begrüße euch bei Panther Ray und wir sind heute im spannenden Gespräch mit Jana Haas, die uns hoffentlich daran erinnert, was überhaupt ein Bewusstsein ist. Was ist eine Seele? Wie funktioniert das? Wie geht das von eventuell Inkarnation zu Inkarnation? Und wir klären heute mal wirklich die fundamentalen Themen. Und wenn ihr einen Freund, eine Freundin habt, die noch gar keine Ahnung davon haben oder einfach neugierig sind, ich denke, die könnt ihr auch dazu einladen. Und ich wünsche euch allen nun viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse. Hallo Jana, herzlich willkommen bei Panther Ray. Hi, schön, dich hier zu sein. Dankeschön. Ja, ich freue mich sehr darüber, viele verschiedene Themen bereden zu dürfen. Und heute im ersten Teil geht es ja wirklich darum, auch mal Menschen abzuholen über Themen, mit denen sie vielleicht noch nicht so Berührung hatten, worüber vielleicht der Partner schon Berührung hat, aber man selber noch nicht so genau weiß, um was es geht. Und ich habe dich ja gebeten, dass wir einfach mal sozusagen eine Einführung in die Themen machen, die dich besonders berühren, denen du Expertin bist, ob du willst oder nicht, weil du ja schon von frühem Kindesalter an diese ausgeprägte Hellsichtigkeit hast. Und dass du uns einfach mal erklärst, was das bedeutet, welche Themen da auf einen zukommen. Und ja, da bin ich gespannt, was du uns zu erzählen hast. Mittlerweile bin ich ja schon seit circa 20 Jahren im spirituellen Beruf tätig. Und genau das hätte ich mir nie erträumt, denn ich komme aus einem eher atheistischen, zu Hause auch im kommunistischen System der ehemaligen UdSSR groß geworden und rein materielle Werte mitbekommen. Dabei war aber die Hellsichtigkeit in unserer Frauenlinie immer vertreten, nur es war verpönt und sogar verboten, darüber zu sprechen. Und damit bin ich grundsätzlich mit einem Gedankengut groß geworden, dass alles, was sanftmütig ist, liebevoll, werteorientiert, spirituell, alles, was mit einem Bewusstsein hin zum Glauben zu tun hat, nicht gut ist. Es sind sogar solche Aussagen gefallen, sprich nicht darüber, sonst kommst du in die Psychiatrie. Und damit war alles Lichtvolle, was wir im spirituellen Bereich Lichtvoll nennen, für mich mit einem Tabu belegt. Meine Fähigkeiten ließen sich aber durch diesen bewertenden Gedanken nicht einfach so abschalten. Und so war ich natürlich in der Kindheit mit spirituellen Gaben alleingelassen und damit überfordert. Du kannst dir vielleicht vorstellen, auf einem Spielplatz oder in der Schule, während Kinder ausgelassen spielen und sich eben auch den irdischen Freuden öffnen, war ich eher introvertiert, weil ich mich eher wie paralysiert fühlte. Denn die ganze Zeit über, oder besser gesagt, überwiegend gingen die Seelen verstorbener Menschen durch mich hindurch. Und ich sah immer diese Parallelwelt des Jenseits. Und es war für mich wirklich schwer zu unterscheiden, was ist diesseits, was ist jenseits. Weil für mich war es das Jenseitige immer genauso deutlich wie das diesseitige. Nun sind wir dann nach Deutschland umgezogen. Und das war für mich eigentlich lebensrettend, weil ich bin tatsächlich in eine katholische Mädchenschule gekommen. Und in diesem Internat bin ich mit religiösen Werten in Berührung gekommen. Aber das reine Glaubenssystem konnte mich als Teenager natürlich nicht abholen. Wenn dir plötzlich von einem unbepflegten Empfängnis berichtet wird, dann musst du schon als Teenager ins Grübeln kommen. Und damit blieb ich auch als junger Mensch voller Fragen. Ich habe kaufmännische Ausbildung gemacht und irgendwann mit einem inneren Ruf aufgewacht, wo ich wusste, ich beende die Ausbildung, denn alles, was ich anpacke, bringe ich auch zu Ende. Ich bin bodenständig. Doch ich mache irgendetwas mit den Menschen. Und so wie mein innerer Ruf mich führte, rief ich damaligen Heilpraktiker an, den ich gut kannte aus der Jugend noch. Und er verstand damals von meinen Fähigkeiten viel mehr als ich. Weil für mich war das ja einfach erst mal etwas Bedrohliches. Und für seine therapeutische Sensibilität war es eher etwas Besonderes, was ich damals ihm bereits erzählt habe. Und so sagte er ganz offen und voller Zuversicht, mach doch eine Heilpraktika-Ausbildung. Und da ich ja Geld verdienen musste und auf eigenen Beinen schon früh stand, fragte ich ihn, kannst du eine Sprechstundenhilfe gebrauchen? Und so hat sich alles gefügt, dass er sagte, ja, die Praxis läuft so gut, wir brauchen Entlastung. Und so war ich eine Woche später von Nordrhein-Westfalen an den Bodensee gezogen. Und da begegneten mir am Bodensee Menschen aus allen möglichen spirituellen Ausrichtungen, Religionen und Kulturen. Und da erlebte ich in dieser Natur und auch in der Begegnung mit Menschen, die mich mit Liebe angeschaut haben und nicht mit Zweifel so einem besonderen Empfinden. Und in diesem Gefühl fühlte ich mich erkannt und anerkannt und geliebt. Und die Menschen kamen mit so vielen Fragen auf mich zu. Dabei hatte ich eher die Fragen an das Leben. Und aus diesem Dialog plötzlich kam ich so schön zur Ruhe und erlebte an der Seite der Patienten damals in der Naturheilpraxis ihre Engel. Und für mich mit atheistischem Bewusstsein groß geworden, war das am Anfang Suspekt. Und ich kam in Dialog mit den Engeln und immer habe ich sie gefragt, was bringt eure Botschaft für uns im Leben? Weil mir ging es nicht darum, an etwas Höheres zu glauben, sondern mit diesem Höherem ein erfülltes, gutes und gütiges Leben zu führen. Und über die Kommunikation mit den Engeln entstand bei mir ein philosophisches Bewusstsein, Jahr für Jahr, Jahr für Jahr. Und so entwickelte sich meine Berufung. Damals erst mal über Engelgespräche, dann entstand auch über das energetische Handauflegen Kosmogetik-Healing. Und dann entstanden durch die Nachfragen der Menschen die Vorträge ruckzuck mit der Geburt unserer Tochter auch mein erstes Buch. Und so schnell sind schon 20 Jahre vergangen. Wenn du jetzt davon redest, dass Patienten in die Naturheilpraxis kamen und auf einmal das sich entwickelt hat mit den Dialogen mit den Engeln. Für jemanden, der das nicht selber erlebt, wie findet das statt? Also jemand kommt die Tür rein, steht dann am Tresen. Und wie findet dann die Kommunikation statt? Siehst du erst einen Engel? Wo ist der? Und wie findet das Gespräch statt? Redet er erst mit dir oder musst du beginnen, um das greifbar zu machen? Damals, vor 20 Jahren, bin ich mit Einzelberatungen dann groß geworden. Das waren meine ersten Begegnungen heute. Arbeite ich hauptsächlich mit Gruppen. Und wenn ich Engelbotschaften in Gruppen gebe, die Menschen melden sich an. Es ist etwa eine Gruppe von 40 Personen. Und sie sind für die Engelbotschaften offen. Ich nenne seinen Namen, den Namen der Person, die gekommen ist. Dass dieser Mensch weiß, er ist jetzt gemeint. Dann schaue ich mit meinem ruhigen, hellsichtigen Blick seine Aura an. Ich sehe in seinem Energiefeld seinen Schutzengel beziehungsweise auch eventuell weitere Engel und beschreibe die Farben und die Gestik der Engel, weil sie ja nicht stofflich sind und damit keine phonetische Sprache haben. Und diese Schwingung in Formen und Gestiken übersetze ich in meiner phonetischen Sprache in philosophischen, liebevollen Wörtern, die den Menschen Orientierung und Bestätigung und Inspiration schenken. Wir sind ja hier auch bei Panthere im spirituellen Rahmen. Und Spiritualität, möchte ich betonen, hat für mich nichts mit einem Glauben an etwas Spezielles zu tun, schon gar nichts Religiöses, obwohl Religion immer Platz darin hat, natürlich. Sondern Spiritualität definiere ich eher anders. Nämlich als ein tiefes Empfinden mit einer höheren Kraft, mit einem sinnvollen, stimmigen Empfinden verbunden zu sein. Und das war damals mit Anfang 20 ja auch meine Inspiration, meinem Herzen zu folgen, indem ich spürte, mein Leben und meine Empfindungen haben mehr Sinn als das, was ich bis jetzt kulturell bedingt kennengelernt habe, als das, was bis jetzt kulturell bedingt am Glaubenssystem mir widerspiegelt worden ist. Ich nahm das als Wurzeln, aber die Flügel habe ich mir durch diesen inneren Ruf und dem Folgen meiner Intuition wachsen lassen. Und das ist auch der Grund, warum die Menschen auch zu persönlichen Engelbotschaften kommen und mich Engelfrau heute als solche bezeichnen, weil sie es spüren, das, was ich ausstrahle, was ich sage, was zwischen den Zeilen auch rüberkommt, dass es etwas Liebevolles, Gütiges, Hoffnungserfüllendes gibt, worauf sie resonieren, nämlich etwas, wo sie sich selber in ihrer Individualität wiedererkennen und letztendlich beginnen, bedingungslos an sich selbst zu glauben. Das mit der Aura, ist das so, wie man das manchmal abgebildet sieht in Büchern, dass quasi um einen herum verschiedene Farben sind, je nachdem auch, wie jemand drauf ist, ist jemand friedlich, aggressiv, kann man das da daran sehen und ist das so wie so ein Feld, das sozusagen von einem so ein bisschen wegstrahlt? Kann ich mir das so vorstellen? Schau mal, wir sind ja im spirituellen Bereich alle der Meinung, dass alles eine Energie ist. Und unser Körper, die Materie, die maximale Form von Energie ist. maximale Verdichtung. Und dass unser Körper beseelt ist, ist ja auch eine Tatsache, sonst gäbe es ja keine Lebendigkeit in Form von Zellwachstum, Zellteilung. Es gäbe keine Geburt und auch keinen Tod, kein Werden und Vergehen. Und ab diesem Moment, wo wir das Körperliche hinterfragen, also nicht in Frage stellen, sondern uns in unseren Sinnen mehr erleben möchten, beginnt ja auch die Spiritualität. Dass wir uns fragen, wer bin ich in diesem Körper? Wer ist es, der in mir denkt? Was ist also mein Geist? Wer ist es, was in mir fühlt? Warum sind meine Gefühle so gewichtig? Und wir beginnen aus der Unzufriedenheit heraus ja auch zu hinterfragen, warum werden unsere Gefühle vielleicht von anderen nicht so respektiert oder wir in unserem Potenzial nicht so gesehen? Und mit dieser, um mich hinterfragen und mit diesem Suchen nach dem Selbstwertgefühl, Selbstliebe und auch Anerkennung, stellen wir natürlich auch diese tiefgründigen Fragen. Das bedeutet, wir sind dann imstande zu verstehen, dass unser Körper maximale Verdichtung der Energie ist und damit alles pulsiert. Und damit auch unser Körper beseelt ist und eine Ausstrahlung hat. Uns allen fällt es natürlich leicht, das Esprit eines Menschen nachzuvollziehen, der in den Raum reinkommt, seine Augen glänzen, er lächelt und wir fühlen uns berührt, als wenn jemand miesepetrig rein erscheint. Doch mit meinem herrsichtigen, ruhigen Blick erlebe ich einen Zustand, wo Zeit und Raum sich auflösen und um den Körper herum diese Ausstrahlung, die Aura sich zeigt, die ein Ausdruck von Emotionen der Person ist und auch von seiner Gedankenqualität und auch von seinem Potenzial. Ich gehe deshalb nicht auf so kindliche Vorstellungen von einer Aura ein, weil sie zu mechanisch sind. Letztendlich wissen wir doch heute auch in der Quantenphysik, da alles Energie ist und unser Körper nur maximale Verdichtung der Energie ist, kann unsere Aura nicht auf eine bestimmte Größe eingeschränkt sein, sondern ist unser Energiefeld göttlich und damit weltumspannend. In der Quantenphysik wissen wir ja, dass die Zwillingsteilchen, zum Beispiel meine Tochter, die jetzt über 600 Kilometer von mir hier entfernt ist, auch hier im Raum sind und auch ich als Mutter sie auch spüren kann und wissen, wie es ihr geht und wie Telepathie auch auf diese Weise funktioniert. Und damit sollten wir uns wirklich die Aura auch als ein unendliches Licht des Lebens vorstellen und uns nicht in unserem dualen Bewusstsein einschränken. Die Aura ist auch nicht so grob, wie wir uns das in den Bildern vorstellen, sondern sie ist viel durchscheinender, zarter wie ein Wolkengebilde sogar. Und der Ausdruck der Farben, der sich darin widerspiegelt, ist eben auch die Botschaft der Emotionen und auch des Charakters, der in dieser Persönlichkeit inne wohnt. Kannst du dieses Sehen an- und ausschalten oder ist das immer da? Ich habe mir lange gewünscht, das ausschalten zu können, aber dann wäre sicher es falsch. Heute in meiner Demut kann ich verstehen, dass manchmal im Leben etwas nicht bekommen zu können, im Nachhinein ein größerer Gewinn sein kann, als wenn alles im Leben nur nach seinen Vorstellungen, Wünschen und Plänen verläuft. Ich habe es gelernt, um mich in dieser physischen Welt verankern zu können, die Hellsichtigkeit wie einen Dimmer zu benutzen. Wenn wir jetzt gemeinsam hier sitzen und uns unterhalten, ist meine Hellsichtigkeit so ganz runtergedimmt und trotzdem zum gewissen Teil an, aber unwillentlich. Und wenn ich jetzt dir helfen sollte, wie deinen Schutzängel beschreiben, immer nach dem Erlaubnis des anderen natürlich oder die Seele eines verstorbenen Menschen im Jenseits oder wenn ich in der Natur mit den Menschen meditiere und die beseilte Welt der Natur beschreiben soll, die Naturwesen, dann atme ich tief durch, gehe noch mal einen Tick mehr in die innere Ruhe und automatisch stelle ich sozusagen diesen Schalter ganz hoch, egal wie viele Stunden ich das brauche, und bewegen mich in diesen Welten. Aber danach sehe ich auch wieder zu, dass ich mich wieder schön erde. Denn Genie und Wünschen liegen ja bekannterweise nah beieinander. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich dir auch ganz einfache Verständnisfragen stellen werde, damit auch diejenigen sich abgeholt fühlen, die noch nicht so viel über die Thematik kennen. Und da ist so meine erste Frage, was macht eine Seele genau aus? Was ist überhaupt eine Seele? Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ja, stimmt. Die meisten wissen, dass auch in den früheren Jahrhunderten die Philosophen mit dieser Frage ja ihr Leben lang ringten. und die Seele als einen göttlichen Hauch beschrieben haben und diesen Hauch gut beobachten konnten oder sich vorstellen bei der Geburt eines Babys, welcher zum ersten Mal seinen Schrei ausstößt. Wie auch bei einer Sterbebegleitung, wenn der Mensch seinen letzten Atemzug vollzieht. Und diese Mystik, die in solchen Momenten, wo der Himmel und Erde sich ganz besonders nahe sind, spürbar ist, das ist für alle Mystiker eben ja auch eine besondere Begegnung mit der Kraft der Seele. Nun, wir in unserer modernen Zeit brauchen nicht so lange auf solche Momente zu warten, sondern wir können in der heutigen Zeit, wo uns viel mehr philosophisches und viel mehr psychologisches Wissen einfach zur Verfügung steht und auch eine unglaubliche geistige und religiöse Freiheit diesen Begriff Seele selbst definieren. Und ich versuche, die Seele auf eine möglichst einfache Weise zu definieren, als die Seele ist die Summe all deiner Emotionen. Und vielleicht hilft ein Beispiel dabei. Jetzt sitzen wir da und unterhalten uns und wir sind natürlich jetzt mehr im Mind, in der Intellektualität. Und das ist auch wichtig, denn wir müssen ja unser Interviewthema erfassen können und Rottenfaden bewahren für die Zuschauer, dass da einigermaßen Ordnung ist. Die Emotionen sind jetzt erst einmal zweirangig. Aber wenn du mit deiner Partnerin oder Partner heute Abend zu Hause im Arm liegst, erlebst du ja ganz andere Empfindungen und du bist deiner Seele näher. Und wenn eines Tages deine Augen, unsere Augen für immer zugehen in dieser Lebensreise, bleibt vor allen Dingen genau dieser emotionale Aspekt, den deine Partnerin oder Partner spüren werden. So wie wir fühlen, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, seine Physis ist zwar nicht da, aber wir fühlen uns trotzdem nicht nur durch die Erinnerung verbunden, sondern viele Menschen beschreiben sie, spüren, sie haben den Eindruck, dass seine Seele noch auf dem Bett oder auf seinem Lieblingssessel sitzt. Und das ist aber auch tatsächlich wahr in den meisten dieser Wahrnehmungen, dieser Empfindungen. Mir fällt dabei ein, eine liebe Seminarteilnehmerin kam mal zu mir nach einem Seminar und sagte, seitdem wir heute unseren Tag begonnen haben, muss ich immer wieder an meinen verstorbenen Mann denken, als ob er jetzt da wäre. Und ich kann mir die Frage nicht verkneifen, Jana, wie geht es ihm? Wo ist er jetzt? Braucht er etwas? Und meine Seminarteilnehmer kenne ich ja auch eher flüchtig. Wenn wir uns begegnen, sind wir ja eher beim Seminarthema und weniger bei den biografischen Aspekten. Und somit wusste ich von ihr nichts. Und ich schaute mit meinem ruhigen Blick, um ihr zu helfen, nach der Seele ihres verstorbenen Partners. Und es öffnete sich mir in ihrer Aura folgendes Bild. Ich sah die Seele ihres Mannes, so wie ihr zu Lebzeiten war, nur durchscheinend, noch relativ nah in unserer Astralität, an ihrer Seite. Und auffallend war, er hatte einen Blumenstrauß voller roter Rosen in seinen Händen. Und er überreichte ihr diesen Rosenstrauß tatsächlich mit den Worten, die ich zusammenfassen konnte, ich werde nie aufhören, dir rote Rosen zu schenken. Ich persönlich konnte damit ja nichts anfangen, ich war nur Überbringerin. Und sie fing an zu weinen und sagte mir, die waren circa über 40 Jahre miteinander verheiratet. Und es war deren Ritual. An jedem Hochzeitstag hatte er rote Rosen geschenkt und sie in ihrer Bescheidenheit meinte, lass es doch, wir sind schon so lange verheiratet, das ist doch gar nicht nötig. Ich als Frau bin natürlich anderer Meinung. Und er blieb so hartnäckig, und schenkte ihr auch an deren letzten Hochzeitstag die Rosen. Und jetzt, wo er nicht mehr da ist und diese Gestik, Liebe auf diese Weise zeigen zu können, nicht mehr da ist, ist das natürlich auch ein, sieht man was für eine besondere Wertschätzung dahinter ist. Auch eine gewisse männliche Hartnäckigkeit irgendwie. Ja, mehr denn natürlich. Und sie, und das Besondere für mich war vor allen Dingen das, was sie dabei empfunden hat. Diese unglaubliche Wertschätzung deren Ehe gegenüber, deren Liebe, deren Lebenserfahrungen und ein tiefes, tiefes Empfinden, wir haben uns nicht wirklich verloren. Und anscheinend ist es für dieses Paar wichtig, sich im Jenseits irgendwann wieder in den Arm zu nehmen, weil sie gerade auf der emotionalen Ebene sich ganz besonders wertvoll unterstützen können. Und dann, gewisse Zeit später, traf ich sie beim anderen Seminar und sie erzählte mir, dass sie seitdem ihr Leben und auch ihre Biografie mit einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet, nämlich dankbarer, zufriedener, wertschätzender, demutvoller. Und das ist der spirituelle Blickwinkel, der glücklich macht, wo Herz und Verstand in Einheit ist und nicht das eine, das andere überdominiert. Denn je mehr wir, egal durch welche Erfahrungen, uns auf liebevolle Werte fokussieren, umso glücklicher werden wir, weil liebevolle Werte eine Orientierung, eine Konstante und damit eine Sicherheit im Leben geben. Und wir im spirituellen Bereich eben erinnern die Menschen, genau daran, auf unsere individuelle Art und Weise. Wenn du nochmal mit so einer rührenden Geschichte um die Ecke kommst, bitte warn mich vor und erwisch mich nicht so kalt. Das ist schön. Das Seele, dann kommt immer wieder auch so das Wort Bewusstsein. Was ist für dich Bewusstsein? Ah, noch eine Frage zur Seele, ganz kurz. Ist die Seele dann quasi etwas, was immer wieder sich verdichtet in einen Menschen hinein, die quasi von Leben zu Leben wandert? Oder? Das Erste, ja. Okay. Ja. Wir sind stets ein Ganzes in unserer göttlichen Seele. Konzentrierte Emotionen, das ist die Seele, die wieder quasi von Verdichtung zu Verdichtung wandert? In ihrem individuellen Bewusstsein, ja. Und das Bewusstsein ist was genau? Das Thema Bewusstsein ist ja unglaublich modern gerade. Und Halleluja, Gott sei Dank, keine Frage. Denn eigentlich, ich bin jetzt seit fast 20 Jahren im spirituellen Berufsbereich tätig, und eigentlich seit 20 Jahren sprechen wir darüber, dass erwachendes Bewusstsein die Welt verändert. Und meine Erfahrung und Beobachtung ist, dass das erwachende Bewusstsein nicht im alten Sinne stattfinden kann. Die Menschen leben unbewusst, solange sie in Schwarz und Weiß Gedankengut denken. In Gut und Böse, in Gut oder Schlecht, in Dogmen. Und leider Gottes gibt es unglaublich viele Dogmen, nicht nur im religiösen Bereich, sondern auch im esoterischen Bereich, nicht weniger. Und das Bewusstsein beginnt zu erwachen, indem wir beginnen, farbenfroher zu denken, in Sowohl als Auch. Und dies ist auch unglaublich notwendig, weil wir leben im Zeitalter des Individualismus und in einem individuellen Zeitalter der Ich-Kraft muss jeder ein Recht haben auf seine eigenen Empfindungen und auf seine eigenen freien Entscheidungen. Und in dem Moment, wo wir uns dafür entscheiden, nach liebevollen Werten zu leben, nicht nach das ist richtig, das ist falsch, sondern nach der Empathie. Mitgefühl versuchen, den anderen zu verstehen, gewinnen wir unglaublich viel dazu, an Mitgefühl auch für uns selbst, weil wir beginnen, auch nicht mehr perfektionistisch sein zu wollen und nicht mehr so streng mit uns selbst. Wir werden nachsichtiger, gütiger und damit auch weniger toxisch mit uns selber, weil wir uns immer mehr in unseren Empfindungen spüren, damit nicht in Anführungsstrichen gefühlsduselig werden, sondern bewusst, was fühle ich, tut es mir gut, tut es mir nicht gut, ist es wirklich mein Potenzial oder ist es nur die subjektive Meinung des anderen, bringt mich das weiter oder nicht, welchen Beitrag bringe ich in die Gesellschaft hinein, anstatt nur von der Gesellschaft etwas zu erwarten, in diesem empathischen, sowohl als auch Gedankengut und damit Bewusstsein ist die Fähigkeit sich dessen stets gewahr zu sein, dass wir viel, viel, viel mehr sind als die Summe unserer Gedanken oder unserer Zellen im Körper, sondern göttliche Seelen, die irdische Erfahrung machen mit der mit der größten liebevollsten Absicht einen liebevollen Fußabdruck in dieser Welt zu hinterlassen und das ist eben ja auch der Grund, warum alle Mystiker, wahren Mystiker, sich auch Gedanken nicht nur über das Leben, sondern natürlich auch über den Tod machen, denn die Tatsache ist ja, dass wenn man aus einem inneren Blickwinkel heraus lebt, also vom Herzen die Welt betrachtet, dann sieht man ja natürlich die Welt nicht schwarz oder weiß, sondern sowohl als auch und man sieht in allem Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten und damit nicht nur gut oder böse und dann traut man sich im Leben auch viel, viel mehr zu, weil man dem Leben vertraut, anstatt zu denken, das Leben muss erstmal mein Vertrauen verdienen und das macht einen unglaublichen Unterschied in der Lebensqualität aus und auch in der Qualität der Emotionen, in welchen wir eines Tages unsere Augen für immer schließen werden, ob im Frieden oder eben ob im Kampf, denn viele Menschen, die rein materialistisch sich in dieser Welt und mit einseitigem Gedankengut eingerichtet haben, leben das Leben so mechanisch, als ob sie nie sterben müssen und auf Kosten ihrer Emotionen und sterben eines Tages in einem Zustand und hoffentlich Erkenntnis Oh Gott, ich habe mein Leben so gelebt, als ob ich mich gar nicht erfahren hätte und damit berichten doch nicht umsonst die Mystiker, dass wir am Sterbebett weniger das bereuen werden, was wir getan haben, sondern vielmehr, was wir nicht getan haben und diese Perspektive ist genau wieder dieses erwachende Bewusstsein, wie lebe ich und was werde ich hinterlassen und das kann man mitten im Alltag auch sehr gut beobachten, mit diesem erwachenden Bewusstsein ist das noch gar nicht so weit verbreitet und gerade diejenigen, die denken, sie sind besonders weit, sind eigentlich auch besonders stark im Irrtum, denn gerade an den Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, kann man das sehr gut erkennen, wie beispielsweise eine gute Freundin von mir, die viel jünger ist, die ein kleines Kind hat, das Kind hat auf gewisse Überforderung mit großem Fieber reagiert und ich als Freundin habe sie darauf hingewiesen, dass das wohl eher mit dem und dem zusammenhängen könnte und dann sagte sie nü, mein Kind muss da durch, denn er muss für diese harte Welt abgehärtet werden und das ist ein Mensch, der eine Generation nach mir kam, also jünger ist, wo man denken müsste, sie sind noch weicher in ihrem Wesenskern als wir, die mit Härte erzogen worden sind, mit mir Härte erzogen worden sind und ich habe lange darüber nachgedacht, wie sie das sagen könnte, wo sie doch Vorbilder hat, wie mich darf ich unbescheidener Weise sagen, wo sie doch sieht, auch an der Entwicklung meiner Tochter, wenn man empathisch seinem Kind begegnet, was für eine starke Persönlichkeit daraus wird, anstatt unter Druck groß zu werden und da ist mir bewusst geworden, dass eben bestimmtes Bewusstsein der Güte und Empathie der Liebe einfach fehlt, ich bin der Meinung und das finde ich eher spirituell, wir so erziehen, dass sie diese Welt weniger hart machen, indem sie die Werte von uns vorgelebt bekommen haben, als wertvoll sich erlebt haben und diese Werte, die sie schon mit der Muttermilch aufgenommen haben, auch in ihre Familien und auch in ihrer Geschäftswelt hinaustragen und an so einem Beispiel sehe ich, man kann nicht bodenständig genug reden, man kann nicht genug einfachste Beispiele mitten aus einem überfordernden Alltag hervorbringen, denn das Göttliche erlebt sich doch durch unser individuelles Bewusstsein und das Göttliche ist nicht irgendein stupider bärtiger Mann im Außen, der nur in Gemäuern einer Kirche zu erleben ist, sondern ein Bewusstsein in uns, dass wir viel, viel mehr sind als die Summe unserer, die Anzahl unserer Gedanken und unserer Zellen in unserem Körper, sondern ein tiefes Empfinden der Allliebe in uns und genau diese Liebesfähigkeit macht uns letztendlich gnädig und gütig und deshalb bin ich eher der Meinung, Gott ist in uns, wir sind ein Gott und in diesem wachsamen Bewusstsein sind wir präsent, weise und auch klug und konsequent und dann gibt es kein Bewusstsein des Getrenntseins, sondern nur der Einheit. Es findet dann auch über die Zeit des Lebens, über die Erfahrung auch im Training des Bewusstseins statt, also die Seele zum Menschen verdichtet sich und das Bewusstsein ist das, was man dann immer wieder neu erlernt sozusagen mit jeder Verdichtung oder hat man schon wieder ein bisschen was mitgebracht und beeinflusst die Seele dann auch wieder die Fähigkeiten des jenigen die Welt wahrzunehmen. Mit Sicherheit bringen wir sie viel in diese Inkarnation mit. Dass wenn wir einen Neugeborenen anschauen, einerseits ist er wie noch ein unbeschriebenes Blatt und gleichzeitig ist in ihm schon eine unglaubliche Persönlichkeit, die in dieses Leben mitkommt und auch ich bin ein gutes Beispiel dafür. Ich habe ja schon mit Anfang 20 mit diesem als Weisheitslehrerin begonnen zu arbeiten durch die Fragen der Menschen heraus gefordert auf diesen Weg gebracht, nicht durch eigenes Bestreben. so groß ist mein Ego nicht, dass ich meinen anderen etwas erzählen zu müssen, sondern ich antworte einfach auf die Fragen, die an mich herangetragen werden. Und ich erinnere mich noch ziemlich genau an meinen allerersten Vortrag, da war ich circa oh Gott 24, 25 und es waren über 200 Zuschauer da und meine Lieben um mich herum waren ganz schön aufgeregt, dass ich vor so einem großen Publikum über die tiefgründigsten Fragen des Lebens sprechen soll und ich war die Ruhe in Person und ich wusste gar nicht, warum sind die alle aufgeregt, es ist doch nur ein Gespräch in Anführungsstrich und es war für mich, es fühlte sich für mich als das Normalste von der Welt an dabei, wie ich vorhin schon erwähnt habe, war ich das introvertierste Kind wahrscheinlich aller Zeiten und auch während dieses Vortrags in meiner geistigen Anbindung hatte ich auch absolute Ruhe und Zuversicht und Gelassenheit und die Fragen, die auch danach kamen, waren sehr herausfordernd und knackig und provokativ, aber ich war stets in diesem Bewusstseinsfeld der Liebe, als ob für mich nichts anderes in Frage käme und diesen Zugang und auch dieses innere Wissen, was ich jetzt einfach nur in dieser Inkarnation, in dieser Verdichtung, in diesem heutigen Bewusstsein, der modernen Sprache kundtue, habe ich sicher in vielen Inkarnationen davor trainiert und damit ganz sicher nehmen wir unsere Talente, nicht nur unsere Ängste, aus früheren Leben, aus früheren Erfahrungen, als emotionale Erinnerungen mit und in der Epigenetik wissen wir ja auch heute, dass tatsächlich Gefühle und Erlebnisse ja auch vererbt werden, aber nicht nur die unserer Vor, unserer Ahnen, sondern auch unserer ganz eigenen ebenfalls. Da gibt es noch diesen Punkt von Verstand zum Beispiel oder Körper, Geist, Seele. Der Geist, was ist das für dich in diesem Leben? Ich empfinde nicht nur emotionale Intelligenz als unfassbar wichtig im spirituellen Bewusstsein und in der Gestaltung eines erfüllten Lebens, sondern auch Intellektualität auch unfassbar wichtig. Vielleicht finde ich das deshalb so wichtig, weil mir das ganz schön in Russland gefehlt hat. Eine intellektuelle Auseinandersetzung als freier Mensch, als freidenkender Mensch. Und als wir nach Deutschland kamen, auch in ein Land der Dichter und Denker, am Anfang fiel es mir nicht leicht, weil ich traumatisiert war, neue Sprache zu lernen. Gewisse Zeit später tauchte ich aber sehr hinein und die Bildung und die Verstandeskräfte waren für mich absolute Rettung von all dem Primitiven und Gewalttätigen, was ich in Russland nicht gemocht habe, aber natürlich erlebt habe. Und diese Intelligenz, die Dinge aus mehreren Perspektiven betrachten zu können, ist auch für unsere geistige Freiheit, für unser spirituelles Bewusstsein für das emotionale Intelligenz, für dieses Perspektiven Wechsel und Bewusstseins Veränderung so unfassbar wichtig, dass wir in sowohl als auch Perspektiven denken und nicht nur in richtig oder falsch, in Freund oder Feind, sondern wir können Freunde sein und trotzdem unterschiedliche Meinungen haben oder unterschiedliche Vorlieben haben. das hat doch nichts mit unserer persönlichen Verbindung zu tun. Das heißt, das ist aber nur möglich, wenn man Respekt für die Individualität des anderen hat und für seine Bedürfnisse. Und genau, ich bin auch, ich liebe deutsche Sprache, unfassbar, weil in Russland konnte ich diese, von der Hellsichtigkeit profitieren, von dieser unglaublich emotionalen Weit, die schon überbrodernd ist dort und in Deutschland von dieser intellektuellen Klarheit. Und die Fähigkeit, auch diese unendlichen spirituellen Welten in Wörter fassen zu können und damit auch Bücher schreiben zu können, immerhin erscheint jetzt mein sechzehntes spirituelles Buch, wie es mit der Seele hinterm Horizont weitergeht, ist so wichtig und ich muss sagen, ich wünsche sie mir im spirituellen Bereich noch mehr, weil auch im spirituellen Bereich tendieren die Menschen sehr stark, in die alternativen Fakten zu vertrauen, auf einfache Antworten sich zu verlassen, anstatt Perspektive mal zu wechseln und auch sowohl als auch zuzulassen und die Ruhe zu haben, intellektuelle Ruhe einen Gedanken auch mal zu Ende zu denken, nach seiner Nachvollziehbarkeit, Umsetzbarkeit und Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen. Warum ich so, mein Mann sagt auch, ich bin außergewöhnlich intellektuell. Nun, das ist auch ihm zu verdanken, weil es kommt kein Buch heraus, ihr meine spirituellen und hellsichtigen Aussagen nicht durch seinen wissenschaftlichen Gehirn hindurch gegangen sind und auch seiner männlichen Intellektualität standgehalten haben. Wir sind ein sehr gutes Team. Diese geistige Kraft ist unfassbar wichtig, ich werde nicht müde, sie zu betonen, weil sie uns wirklich befreit, weil jede Form von Spiritualität basiert auf Selbsterkenntnis und sich selber erkennen kann man natürlich, indem man sich wohlfühlt in seinen Gefühlen, aber auch seinen gedanklichen Irrtum imstande ist, verändern zu können. Zum Beispiel, wenn man Perfektionist ist, was ja oftmals nichts anderes bedeutet, als der Versuch, seine Minderwertigkeitskomplexe zu verdecken, um akzeptabel zu sein, nach außen hin und sich selber im Inneren ertragen zu können. Wir werden immer in dieser perfektionistischen Grundanspannung sein und sich damit unbewusst minderwertig vorkommen, ehe wir intellektuell nicht bereit sind, zu hinterfragen, wo kommt es her, warum habe ich es nötig, was ist meine Motivation hinter diesem harten Umgang mit mir selbst, was ja natürlich automatisch auch in der Erziehung sich mit den eigenen Kindern widerspiegelt, dass man automatisch natürlich auch so, wie man mit sich umgeht, auch mit seinen Kindern, mit seinen Mitmenschen oder mit seinen Mitarbeitern umgeht. Und ehe man nicht im Stande ist, diese Schattenseiten zu hinterfragen und sie zu erlösen, indem man in die Demut geht und sich vergibt und auch anderen kann diese innere Befreiung nicht stattfinden, sprich, ich bin gut, so wie ich bin und ich vergebe mir und ich bin vollkommen aus meiner inneren Weisheit heraus. All diese Erkenntnisse, die wir zu Lebzeiten wirklich erfahren, stellen für mich eine wirkliche Bildung dar. Und das kann man nicht studieren, man kann sich nur im Leben diesem öffnen, durch Dialog mit den Menschen seines Vertrauens und durch das Hinterfragen seiner unguten Charaktereigenschaften sozusagen. Denn warum ich auf diese Selbsterkenntnis so viel Wert lege, dadurch entsteht ja erst Heilung. Alles andere ist Fantasie oder Symptombehandlung. Und wenn wir eines Tages diese Reise abschließen, unser Geistesleib ist ja auch unsterblich und leuchtet wie ein Stern am Himmel, eine Grundinformation unserer aller bisherigen Erfahrungen, in allen Inkarnationen und damit Erkenntnisse. Und mit dieser Information inkarnieren wir wieder. Und das ist der Unterschied. Das macht dann auch den Unterschied in unserem Bewusstsein aus. Du kennst sicher diesen Moment, du liest ein Buch oder hörst einen Vortrag zu und du liest zwischen den Zeilen. Du weißt gleich, was sozusagen, welche Erkenntnis als nächstes kundgetan wird, weil du dieses himmlische Wissen aus deiner geistigen Kraft in dir inne hast, denn du hast sie schon im früheren Leben auch erarbeitet durch deine eigene persönliche Entwicklung, emotionale wie auch intellektuelle und damit bist du nach wie vor verbunden mit diesem himmlischen Wissen und himmlischer Weisheit. Und das ist der Unterschied, warum für manche Menschen die Dinge einfach offensichtlich sind und sie wollen nicht mehr nur wissen, sondern sie wollen das im Leben umsetzen. Der Unterschied zu dem, wo andere Menschen mit einer Aussage intellektuell überfordert sind, geschweige sie in ihren Gefühlen, in ihrer emotionalen Vielfalt zulassen zu können, geschweige das auch mit im Alltag umsetzen zu können, wie bei dem vorherigen bodenständigen Beispiel, wie die meisten wollen ihre Kinder für die harte Welt abhärten, weil allein der Gedanke ihnen nicht bewusst ist, welchen sie gerade geäußert haben, was wirklich dahinter steckt, was ihre wirkliche Motivation dahinter ist und woher dieser Gedanke, dieser Glaubenssatz eigentlich herkommt. Und damit diese geistige mentale Kraft ist nicht dieser rationale einseitige Irrtum, wie ich muss mein Kind für die harte Welt abhärten, damit er in der Manager Etage überleben kann, sondern geistige, mentale Kraft, das ist diese innere Klarheit, dieses Oh Gott, was rede ich da eigentlich? Und was will ich eigentlich wirklich sagen? Oder nicht umsonst müssen wir im Leben erst einmal oftmals begreifen, wer wir nicht sind, was wir nicht sein wollen, was unser Schatten sei, um auf die Idee zu kommen, wer wir wirklich sind, wer wir wirklich sein können. Und damit ist tatsächlich nicht nur Glück, eine Frage der persönlichen Entscheidung und des Bewusstseins, sondern auch die Güte und die Liebe und sogar Beziehungsfähigkeit, alles, was unser Leben ausmacht und sogar auch Erfolg, auch in finanzieller Hinsicht. Große Fragen der Perspektiven. Ich habe auch rausgehört, das Ständige sich auch selbst zu hinterfragen, das habe ich jetzt ja auch so ein bisschen mit herausgehört, in jeder Situation, vor allen Dingen mit der Erziehung unserer Kinder, wo wir oft ja auch gar nicht genau wissen, was ist jetzt richtig? Gibt es überhaupt ein richtig? Ja, da sagst du was. Oder wir wollen ja im Grunde genommen nur das Beste für unsere Kinder und wir glauben, dass wir damit das Beste tun, gerade mit dem Abhärten, irgendwelche Abhärtungsrituale oder und aber das finde ich toll, dass du das nochmal so betont hast, dass wir da echt vorsichtig sein müssen, nach welchen Glauben setzen wir unseren Kindern Dinge mitgeben und quasi dann irgendwie auch, ich will nicht sagen Fehler, aber dann doch wieder so ungute Dinge wiederholen. Das freut mich, dass du das gerade so herausgearbeitet hast. Ich glaube, da können auch viele Eltern, junge Eltern da was heute mitnehmen. Ich habe noch viel, viel mehr auf meiner Liste, aber ich würde sagen, wir haben schon diese zwei, drei Themen so toll und so ausführlich erklärt, dass wir einfach im nächsten Teil weitermachen und möchtest du noch abschließend noch etwas sagen? Ja, ich würde gerne noch abschließend Folgendes auf den Punkt bringen. Bei dem, was wir heute besprochen haben, ist es aber auch wichtig, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sich nicht überfordert fühlen und nicht meinen, es gebe im Leben den einen richtigen Weg und damit um Gottes Willen, man könnte den falschen Weg gegangen sein. Das ist wiederum ein schwarz-weiß Gedankengut, woraus die Menschen nichts Gutes mitnehmen können. Es gibt nämlich nicht den einen richtigen Weg und auch nicht den einen falschen und damit nicht die eine richtige erziehungspädagogische Maßnahme oder die unbedingt falsche, sondern wir sollten mir in sowohl als auch denken und uns bewusst machen, es gibt nur den in dem Moment stimmigen, für dich stimmigen Weg. Denn wir alle können in dem Moment nur so, wie wir nun mal können, mit all unseren sichtbaren wie auch unsichtbaren Narben und unserem befreiten oder schlummernden Potenzial und hätte ich zum Beispiel vor 20 Jahren oder 40 Jahren nicht die Erfahrungen gehabt, aus denen ich nachträglich lernen konnte, wäre ich heute sicher nicht die, die ich bin und welche ich dann wäre, das sei dahingestellt, das ist alles nur Fantasie, was zählt ist nur das Jetzt, die Gegenwart. Und deshalb sollte man einfach sich bewusst machen, es gibt nur den im Moment Stimmigen und der Stimmige ist der, mit dem du im Moment am besten zurechtkommst, der, die Schritte, die für dich, die dich weiterbringen, für dich umsetzbar sind und für dich liebevoll sich anfühlen und damit kann man direkt das Damokless Schwert welches ständig über uns nach dem Motto sind wir richtig oder Sünder hängt hinauswerfen und sagen ich bin göttlich, das göttliche ist in mir, ich bin ein Gott, wer kann da gegen mich sein, auch ich bin nicht gegen mich, sondern in meiner Liebe öffne ich mich der Weisheit und einem klugem Denken und lerne aus allem denn vergeben zu vergeben ist nie zu spät und auch nie zu früh und wir bekommen immer wieder die Chancen dafür Vielen Dank Amen Ich möchte da jetzt auch gar nichts mehr zu sagen und danke, dass du uns da wirklich aufklären hört sich ein bisschen hart an, aber dass du uns daran teilhaben lässt Erinnern Ja, absolut Ich hab zu Danke dir Danke Alex Ich hab zu